Und dann gucke ich mal, was passiert. Das ist wahrscheinlich so dieses Bonus-Level, was ich gesehen habe. Oh, guck mal da oben. Oh, da ist ein Jani. Warte mal, zack, 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 zack. Hup, 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 hup. Oh, da ist ein kleiner Jani drin. Äh. Hm. Komme ich jetzt am dümmsten da hoch? Ach so, hm. Zack und zack. Hopp. Düh. Äh, Moment. Und das noch mal anders. Mal grad hoch schwingen. Äh, ne. Da werde ich den jetzt... Nee, warte mal, ich habe eine andere Idee. Da kommt das Rohr wieder zurück. Zurück. Dann lassen wir den mal kurz da runde. Und sie würde das funktionieren. Und sie sind ja da mal ein frei. Falter Jani. So. Oh, hey, Kumpel. Ich könnte höchstens... Warte mal. So. So. Wechseln. Dann könnte man den da hoch. Was natürlich wieder nicht funktioniert. Scheiße. Zack. Hm. Hump. Hump. Kommert schon. Hm. 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 Kriege ich denn den jetzt da rüber? Muss ich beide rüberbringen, oder? Könnte ich den? Zuck, 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 und hepp. Ich glaube, ich mache es jetzt hier gerade echt kommunizierter, als es wahrscheinlich ist, aber... Ich habe gerade keinen Plan, wie ich da rüberkommen soll, sonst... Hepp, hepp, hepp. Hmm. Ich glaube, ich mache mir das jetzt hier echt gerade viel zu kompliziert. Ich kenne mich. Hmm. Hmm. Da komme ich aber nicht hoch, oder? Nee. Nee. Ich muss ja auch die Schnüre wieder lösen können. Hmm. Oh Gott. Ich glaube, ich gebe dieses Leerkleid auf. Ich komme da nicht rüber. Warte mal. Der zeigt nach oben, ja? Das ist mir auch klar, dass du da hoch musst, Schätzelein. Hmm. Aber er kann sich da nicht festhalten. Zack. Hmm. Warte mal. Aber weiter hoch geht es hier auch nicht, ne? Nee. Wie komme ich jetzt zu dem beschissenen Ding darüber? Es sei denn, ich denke, zu kompliziert. Kann ich mich da vielleicht abstützen? Das wird so hoch sein. Hmm. So Doppeljump habe ich nicht, ne? Nee. Huh. Hmm. Hmm. Ich glaube, ich denke, echt zu kompliziert. Huch. Huh. Hmm. 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 Um, um. Oh, wenn da die... Hmm... Oh! Hopp. Ah! Ja, ich wusste doch, ich denke zu kompliziert. Zack! Na, kommt die hoch? Achso, falscher Jani. So rum. Ich wusste doch, ich denke zu kompliziert. Ach! So, jetzt. Oh, nö! Nein! Entschuldigung. Zack und zack. Aber jetzt weiß ich, wenn es mich rüberkommt. Ach, nö! Und zack. Und zack und zack und zack. Ja, man denkt, ich habe die Rohre da oben echt nicht gerafft. Lass die ja auch noch zählen und zack. Ich will den falschen Jani nehmen. So, zack, 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 zack. Dann kommt der. Der kommt hoch. Ach, es war doch so einfach. Äh... So. Zack, zack, zack. Hopp. Jetzt. Oh. Oh. Ach, wie süß. Oh. Hopp. Zack. Warum hat der Rote die jetzt so bekrappelt? Ha, ha, ha. Ach, wie süß! Ich glaube, die Herausforderung werde ich wahrscheinlich so ein bisschen privat im Hintergrund spielen, weil das war jetzt richtig niedlich gewesen. Nachdem ich dann wusste, dass ich dann da oben auch noch hoch kann. Das ist ja schön. Du hast einen Freund gerettet. Du findest neue Optionen im Erscheinungsmenü. Erscheinungsbild? Augen? Ich habe neue Augen. Ah, und einen neuen Kopf. Das ist ja süß. Auch mit einem Körper. Das sieht eigentlich cool aus. Farbe bleibt. Ah, da kann ich so sagen. Ich gucke an, wer da im Hintergrund sitzt. Ich gucke an. Mach's gut. Ich muss jetzt aber... Ich muss die Dose, glaube ich, da hinkriegen. Aber wie kriege ich die blöde Dose da hin? Wir brauchen nämlich ihr Gewicht. Hm. Hä? Braucht doch bestimmt der Gewicht, was hier drauf steht. Oh Gott, ich kann es nicht lösen. Ich bin so doof. Das ist die Dose halt fest, dann würde ich halt da oben hinkommen. Ja. Und tap. Hm. Ach so. Ach. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da ein Hebel dran ist, den ich dann bewegen kann. Zack. Das ist jetzt dann das Kapitel 3. Froschperspektive. Da habe ich natürlich noch keine Bilder und hier ist es auch noch finster. Ne. Aber ich denke, ich werde hier einen Cut reinmachen und werde dann in der nächsten Folge, äh, in der nächsten Folge schon, in der nächsten Aufnahmesession weitermachen. Ähm, aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht gleich ein oder zwei Tage später sein, weil zwischendurch noch ein anderes Spiel kommt, was ich ganz gerne machen möchte und da ich immer nur ein Projekt bringen möchte auf dem Kanal, ja, werde ich dann dann nach weiterführen. Also das nächste Spiel, was jetzt hier dann kommt, ist jetzt nicht so lange und von daher sage ich jetzt einfach mal Ciao und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.